Physiotherapie Sonnenschein heißt Sie herzlich willkommen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Ihre Gesundheit, Ihre körperliche Fitness, Ihre Leistungsfähigkeit und Ihre Lebensqualität zu steigern. Neben der Schmerztherapie nach Liebschau und Pracht, der Dornetherapie und dem medizinischen Gerätetraining informiert Sie unsere Rezeption oder Homepage über weitere Behandlungsmethoden, die individuell und ganz auf Ihre Bedürfnisse und Beschwerden abgestimmt sind. Unsere Therapien möchten wir sowohl Kassen- und Privatpatienten sowie auch Selbstzahlern anbieten. Physiotherapie Sonnenschein – bei uns liegen Sie richtig, denn Ihre Gesundheit ist uns wichtig.